Es gibt einen Ort auf dieser Welt, an dem die Magie der amerikanischen Weihnacht zum Leben erwacht und an dem Santa Claus selbst auf dem Weg zum Nordpol einen Zwischenstaub einlegt. Verborgen in der Dunkelheit der Nacht, marktet dieser Ort darauf, euch und eure Familien zu verzaubern. Triff Santa Claus live, staune über 700.000 funkelnde Lichter, lass dich verzaubern von der einzigartigen Magic Show mit Christian Fahler, drehe Pirouetten auf einer glitzernden Eisbahn und sei dabei, wenn unsere Elfen den gigantischen Christmas Tree heller als den Polarstern erstrahlen lassen. Movie Parks Hollywood Christmas ist das einzigartige amerikanische Weihnachtsevent für die ganze Familie.